Jetzt kommen wir wohl auf der anderen Seite. Raus. Jetzt bräuchte man natürlich VR, dann könnte man auch links und rechts zählen. Der Vorspruch klingt verzweifelt. Versteht jemand, was er sagt? Sie arbeiten daran. Okay, Echo Staffel, zu mir. Echo Staffel, hier spricht Admiral Ackbar. Echo Anführer hier, konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Die Echo Staffel? Solche Unkurs. Das ist wahrscheinlich improvisiert. Halte deine Staffel, Gott, den Schluss. Verstanden, Sir. Echo bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Das nennt ihr also gemütlich. Starte Systemcheck. Roger. Sie wollen ja auch nicht in den wieder ausgefahrenen Flügeln springen, oder? Ja, Energiemanagement habe ich schon gekapiert. Gegen einen Sternenzerstörer brauchen wir Wendigkeit. Schnell und agil, verstanden. Und vielleicht einen Sternenzerstörer. Neue abgeschossene Datei ist ein guter Teil. Was wirklich? Überprüfe Schilde. Genau, eine Weile werden wir durchhalten müssen. Ausgleich im System, alles klar. Öko 3 bereit. Öko 3 bereit. Sollte jetzt Nachschub besorgen. Munition gibt's doch beim U-Flügler. Nicht den, sondern den da hinten irgendwo. Alles klar. Okay, die Holocom im Cockpit, die hätten sie weglassen können. Okay. So, das war die. War schön. Das war ausgleich. Schön, dass die Waffenenergie abnimmt, wenn man zu den Schilden wechselt. Ja. Das ist halt die Fokussierung auf die jeweilige Gruppe. Oh, sie tun die Earth-S-Flügel zusammensetzen, bevor sie springen. Finde ich super. Und ich frage mich, was dieses kleine kaputte Ding da links oben. Ach, das ist das Radar. Ja. Und auch in die Schützreichweite des Sternenzerstörers. Aber... Das weiß ich schon. Langsam. Wartet. Du kannst dich nicht serveisieren. Ich weiß. Ich nehme an. Ich sägne es dir. Das ist aber... Du kannst dir nicht... Du kannst dich schießen. Du kannst dir nicht ruhen. Ich nehm sich. Du kannst dir nicht. Du kannst dir nicht laufen. Du kannst mir jedenfalls gewinnen. hat er sich mit dem x-fing gemacht als gegen die hilfeanzeige, den x-flieger ist ein Witz, was, wo, wann, hilfeanzeige, ja, ja, stimmt, also sie haben es auch versucht zu balancen, dafür können die, ähm, ties mehr ab, trotz der Schilde der x-fliegler, drücke die Leertaste um einen Schub einzuleiten, ja, ich sollte es doch beenden, was denn, uh, soll ich nur, soll ich nicht, insta-kill, okay, ja, das haben wir schon dreimal gehört, ich weiß halt nicht wie, aber ich habe das gleiche gemacht wie gerade eben, Sie lösen ihre Formation auf, Großkampfschiffe sind auf dem Weg Rebellenallianz, Konvoi benötigt Unterstützung Sie sind ja fast da Rebellenallianz, Konvoi benötigt Rebellenallianz, Konvoi benötigt Unterstützung Tens irrefügbar, ähm, irgendwas beschießt mich, find ich gut Ich glaube, das war noch Akito, oder? Ich konnte nicht zulassen, dass das Imperium noch mehr und schuldige von Alderaan im Namen der Sicherheit verdichtet. Wir haben dem Imperium also den Finger gezeigt. Kann man so sagen. Danke für die Rückendeckung. Äh, okay, das war Zielaufwandbeschaltung. Ich wollte gar nicht wissen, wie man den Raketen schießt. So. Keine Ziele mehr da. Ach, da sind auch welche. Komm, 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 komm. Ah, Atem zwischen den Zielen zu wechseln. Danke dir. War ja, irgendwie... ...gerade sehr blindflügig. Das war super, oder? Das war super, oder? Oh Gott. Das war gar nicht so schwer. Ich schließe mich der Formation an. Bereite den Jäger vor. Bald entsenden Sie weitere Ties. Welche Staffel? Wir gehen auf Position und eskortieren die Transporter. Ich bin gleich neben dir. Bumm. Hier spricht Admiral Aqua von der Rebellen Alliance. Laut Echo-Anführer wollen Sie sich der Rebellion anschließen. Das will und kann nicht. Dann unterstützen Sie weiter die Echo-Staffel. Schööön, dass ich durch das feindliche Schiffsfeuer fliegen soll. Finde ich supi. Weil wenn ich was gegen den Beschuss des Trägers mache... Schöööön, dass ich durch das feindliche Schiffsfeuer fliegen soll. Finde ich supi. Weil wenn ich was gegen den Beschuss des Trägers mache... ECHO, Verstärkung ist eingetroffen. Mein Däger fällt auseinander. Wow, bin ich froh, die Corvette zu sehen. Käpt'n der Corvette, auf den Quasar konzentrieren. Wir erledigen die Teich. Ich bin da, ECHO-Anführer. ECHO, es lehrt sich weitere Teich. Schalte sie aus. Um die Geschwindigkeit abzubremsen. L, um halbe Geschwindigkeit abzubremsen oder schneller zu werden. Ach so. Äh, hä? Zu wenden, ah ja. Da hat man noch das Kröp, äh, vom Restet, äh, Teirist gehört. Da klebt jemand an mir. Da hat er wohl einen Bionenschuss abbekommen, oder? Irgendwie sowas. Ah, wo bist du? Komm, 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 da. Ja. Ich folge dir. Da kommt los, Leute. Der Sponsor muss weg. Ja, das war's bei deinem Wasser. Fertig. Gute Arbeit. Staffel, vomirn solchen. Vomirn? Aber wo? Das sollte reichen. Fürs Erste. Da fliegt noch ein Stück. Sehr schön. Nächste Staffel bringt den Konvoi und Blinden zu einer sicheren Position. Hi, was ist das für ein hässliches Design? Hahaha. Der Kasar, oder was genau? Ich weiß, dass Sie genau in diesem Moment Ihre Großkampfschirme für alle unsere Vorbereiten. Wir brauchen Unterstützung. Sicher, ich schicke dir restliche Echosstaffeln mit allen verfügbaren Ressourcen. Er nutzt einem Sternenzerstörer. Das ist gerade wieder zu der Stimme verpasst, Meggie. Das musste sich selbst abschießen. Was? Keine Angst, unsere Flotte ist auf dem Weg. Tja, nicht schnell genug. Ach ja, ich musste den Tire abschießen. Das kann er sein. Guter Gehen. Sicher den Konvoi, während das Flaggschiff die Vigilance angreift. Überlass das uns. Moment. Das Imperium schickt einen Raider, um den Konvoi abzufangen. Wir müssen den Raider ausschalten. Pilot, wir nach. Um Energie auf die Lässe umzuleiten, Energie auf die Schilde umzuleiten. Ja, ist okay. Eigentlich würde ich jetzt erstmal Energie auf andere Dinge abumschalten. Ihre Schilde werden schwächer. Der Raider muss sich auf uns konzentrieren. Nicht auf den Konvoi. Liege einen erneuten Ausfluss. Fast in Reichweite. Bereit machen. Der Raider hat keine Schilde mehr. Sie versuchen Schutz von den Großkampfschiffen zu erhalten. Das ist unsere Chance. Hallo, ich hab da gedrückt. Der Raider ist Geschichte. Die guten Imperial. Oh, NC-80. Wo kam das jetzt her? Ich hab da gedrückt. Dieser Konvoi muss an eine sichere Position. Warum? Hab ich jetzt ein blödes Haarmut. So. Küber auf die andere Seite des MC-80. Okay, ist ja die Folge der Folge irgendwie. Flüchtlingskonvoi. Wir haben keine Zeit. Wir müssen euch hier rausbringen. Bewegen, Allianz. Sieht bereit für die Geschwindigkeit. Ja, dann mach halt. Wartet. Der Sternzerstörer überwacht alle möglichen Vektoren. Sie können euch immer noch finden. Ja, dann... Es ist riskant. Doch wenn wir das Zielerfassungssystem der Vigilance zerstören, verliert das Imperium womöglich die Spur des Konvois. Moment mal, ihr wollt so zwei den Sternzerstörer angreifen? Nee, wir sind doch fünf gewesen. Oh, man, ich kann eure Flotte die Schilder unten halten. Schlag, hierzu. Wir führen die Zielerfassung der Vigilance zerstören. Das wird morgen noch wehtun. Ender Staffel. Beschäftigt weiter den Sternzerstörer. Deine Geschwister sollen nichts auf uns der Sternen in Jäger zielen. Gleich geschafft. Weiter feuern. Wahrscheinlich passiert das jetzt bin ich sowieso wiederum veröffentlicht. Oh, der beste... Weg. Jetzt zerstört den Sternzerstörer vollständig. Oder den... Äh, X-Ping. Der Raiders Geschichte. Satt auch. Juhu, X-Ping down. Hehehe. Ich wünsche, ich könnte sehen, wie stark mein Schiff repariert ist, aber... ganz viel zu verdanken. Alle Schiff repariert machen für Nichtsgeschwindigkeit. Ja, fahren wir erst mal die Jägersysteme runter. Ist okay. 준 activists. fields in der Nacht... Das ist okay. Ich bin ja schon verbaut. Wer ist oder nicht gewartet?